Herzlich willkommen, mein Name ist Alexa und zwar ich hatte mir bei World of Tanks eine Martina gekauft, das erste Gefecht gespielt und ja, ich sag einfach nur, guckt es euch einfach mal an, wundert euch nicht, wieso da keiner jetzt weiter erzählt, das ist ein Replay, ich nehme das extra nochmal auf und ich wollte es einfach mal mit anderen teilen, war mega, viel Spaß beim Zugucken. Nebenbei achtet mal auf den T46 aus meiner Mannschaft, der ist so mega. Time to roll out! Time to roll out! Time to roll out! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gotham! Halt! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stuck here. Enemy armor is damaged. Tracks up. Track repaired. Drive on. We didn't even scratch them. Enemy hit. Chinch. Geh! Das war's. We didn't penetrate their armor. We didn't penetrate their armor. We've damaged them. We dinged them. Enemy armor is damaged. We didn't penetrate their armor. We didn't even scratch them. Enemy is hit. Enemy armor is damaged. 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 We didn't even scratch them! We've lost a track. We're stuck here. We've damaged them. We fixed the track. Get going! Enemy vehicle destroyed! Beep! Enemy armor destroyed! Enemy vehicle destroyed! Enemy vehicle destroyed! They hurt that key. Love attack! Those who look like is rogue! Yes, they do! To be careful. That's very important, I keep them in mind. I have rustling, cannot be carried out. I kept them away, stay at me! I'm afraid of you. I 캐�olic money, I'm afraid. Ja, da war ich jetzt echt angespannt mit der Artie, weil, naja, man wusste jetzt nicht, trifft sie beim ersten Schuss oder nicht. Sie hat halt nicht getroffen und das war mal halt mein Lack gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja. Ja, dann schaut beim nächsten Mal nochmal rein und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.